Wichtige Daten beschaffen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gegen die Roboter. Heute unsere Testrunde mit der Dominator, die ganz hervorragend sein soll gegen Roboter. Ob das stimmt, werden wir heute sehen. Und vielleicht sehen wir heute auch wieder die Factory, also den Factory Strider, so heißt der, ne? Ich glaube schon, das ist einer der neuen Gegner. Jut, vorsichtig. Wir sind fast unsichtbar, nicht vergessen, aber diesmal mit einer mittleren Rüstung. Und glücklicherweise sind wir wieder der Kleinste. Das bedeutet, von uns wird nicht so viel erwartet. Das ist ganz okay. Und wenn wir trotzdem irgendwas auf die Reihe bekommen, dann, naja, dann ist der Effekt höher. So, ist schon irgendwas markiert? Das ist eine Fragezeit. Vielleicht gucken wir uns das an. Oh, Backe, Mann. Wir hauen ab, ne? Ich glaube schon. Ja, ich wollte auch da gucken, ob da irgendwo eine Lücke ist oder so, aber da ist keine Lücke. Da können wir nicht lang. Mhm. Was ist denn? Kämpfen wir nur hier oder nicht? Hier ist keiner mehr. Von den Konsorten. Weg, schnell weg hier. Ach, wir sind nur noch zu dritt. Sacht das doch. Da hat irgendwer den Schwanz eingezogen. Ich folge Gold. Weil Gold der Lieder ist. Na? Wie sieht's aus? Keule und Keulinchen. Zack. Ula. Will mal schön mit Deckung arbeiten. Gerade hier auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Mhm. Folge Gold. Da war einer hinter uns. Oh, 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 oh. Mit Sichtlinie arbeiten. Ganz wichtig. Achso, ich soll immer nur fünf Schuss schießen, hab der mir geschrieben, und dann direkt nachladen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht so. Nochmal, bitte. Fünf Schuss und dann direkt nachladen. Dann ist es das allerkürzeste Nachladen. Aber im Prinzip ist das ein Riegel tauschen, ne? Einfach ein Riegel tauschen. Ja, so kann man's auch beschreiben. Einmal schön lecker Vollmilch rein. Die Basics, ne? Und dann weiter. Wir müssen hier nicht kämpfen. Oh, ei. Zack, ich wollte die Zerfetts sehen. Unbedingt. Unbeding, au! Unbedingt. Na, schmeiß eine Granate rüber. Und wo kommen sie? Ich muss mich auch erst mal einspielen. Das ist meine erste Runde. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen gehabt, dass ich vor der Aufnahme immer ein Stückchen spiele. Aber... Oh, Entschuldigung. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Verflucht doch mal. Ihr Messwerfer natürlich, weil er ganz schnell wieder da ist. Aua. Der kommt jetzt hier. Hier kommen aber noch ganz andere Konsorten. Nicht vergessen, wir sind fast unsichtbar. Das müssen wir ausnutzen. Wir müssen sie in die Zange nehmen. Infiltrieren, ja. Hallo, hallo, hallo. Keule, zack. Ja, die Dominator, es ist... Plötzlich neue Lieblingswaffe. Steht das Ding noch? Warte mal, stopp. Hier ist wieder... Da, seltene Proben. Ja, die holen wir uns. Die müssen wir rausbringen. Oh, Schande. Ist alles total kaputt, Mann. Alles total kaputt. Ja, okay. Jutsch. Mhm. Bombe. Darüber. Sein Gegner. Pluck, pluck, pluck. Excellent. Die müssen wir heute nämlich noch rausbringen hier. Zack. Leichter Roboterposten zerstört. Und da hinten ist noch ein... Oh, warte mal. Nein, nein, nein. Nicht hier. Nicht hier aufstehen. Umsichtwaren, Leo. Umsicht. Ja, der Kaffee ist auch noch nicht richtig intus. Das wird schon. Das wird schon. Das ist so ein bisschen jetzt in mir. Okay. Deckung. Deckung. Durchladen. Sie kommen. Sie kommen. Noch 1,18. Bis... ... ... ... ... ... Dominator. Jetzt. Er kommt. Oh, das ist aber... ...ne wuchtige Knarre, man. Wirklich. Haben wir sie? Eliminiert. Der Ader soll schön aufladen gehen. Irgendwas haben wir getroffen. Ob es das war, was wir treffen wollen, weiß ich nicht. Ula. Machen fertig. Den Deck nie. Mit einer Handvoll Marzipan. Lecker, lecker. Ah, wir sind wieder vollständig. Ich übernehme diese Flanke. Sie kommen. Na geht doch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hoch da. Schande. Er kommt. Oh, was ist denn da los? Hallo? Oh. Ich habe ein tierisches Problem. Ich muss untertauchen. Ich muss ja meine Tarnrüstung voll ausfahren. Das geht hier ganz schnell. Und dann möchte ich auch heute in der großen XXL-Aufnahme, die längste meiner Woche, möchte ich eine schwere Rüstung ausprobieren. Aber erstmal in einer kurzen Mission. Aber ansonsten, in dieser Mission können wir auf jeden Fall was anfangen mit der Dominator. Zack. Da ist einer. Der hält die Stellung. Hier wird fleißig. Nein, du musst. Genau. Oh, da ist einer gestorben. Läuft die Kiste. Block. 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 Weck da. Du Limmel, du. Ein Riegel, bitte. Den einfachen. Ja, das geht wirklich am schnellsten jetzt, ne? Achso, den ballistischen Schild. Soll man auch einsetzen jetzt. Gegen Roboter. Dann natürlich mit der SMG. Vorsichtig hinter dir. Ulla. Riegel. In Reichweite der feindlichen Artillerie. Ja, ja. Ich weiß. Aber wir müssen doch erstmal hier klarkommen. Pssst. So, die kommen von wo? Von da hinten. Kommt die Artillerie. Entschuldigung, ich hab dich ein bisschen weit geworfen. Wo kommt der dicke halt? Er hat uns auch gar nicht gewittert. Yeah. Yeah. Oh, es kommt auch mehr. So übel. Wir müssen hier raus. Aus dem Unterstützungsloob. Oh, Backe. Oh, Backe. Na, na, na. Weg da. Na. Auf da. Auf seinen Rücken. Das kann der gar nicht, ja? Ich glaub, jetzt wird der Doppelriegel eingeschoben. Da brauch ich ganz kurz ein bisschen Klipp hoch. Ne, doch nicht. Aber gleich. Oh, nein. Na. Pass mal auf hier. Keule. Ist gut. Erstmal klarkommen. Das Krisengebiet. Na, na, na. Sieht er uns durch seinen Kumpel durch? Jetzt nicht mehr. Das ist schön. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Aber die automatische Kanone ist schon verdammt gut. Gegen die verfluchten Robots. Da kommt ein klein Vieh. Okay. Block. Und Block. Oh. Boah. Was da rauskommt vorne. Was der Dominator. Bin hin und weg. Wie gesagt. Ja, haben sie verbessert. Die Dominator. Um 100 Punkte, glaub ich. Um 100 Punkte haben sie das stärker gemacht. Und irgendwie spürt man das auch. Da muss man schon echt mitlesen, ne. Was die Meta Wave von einem möchte. Und man möchte natürlich auch dieser Meta Wave, möchte man mit schaffen. Und davon profitieren spielerisch. Ich glaube, ich bin der Erste. Ne, ich bin nicht der Erste, der gestorben ist. Ich habe ja selber schon Leute wiederbelebt. Ich glaube, wir haben hier irgendwie den Buff mit dabei. Dass wir mehr Leben haben. Na, wo ist mein Kram? Oh, dann können wir den auch schon wieder schneller anfordern. Mh, 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 mh. Zeig mal bitte. Au, au, au. Wäre möglich. Aber ich kann die Kanone auch so anfordern. Es geht ja quasi nur um die Kanone. Ganz kurz Klippo hier. Ganz kurz Klippo. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Niemals vergessen. Niemals nie nicht. Immer wieder raus damit. Das muss ich mir angewöhnen. Ich brauche so einen kleinen EMS-Wecker. Zack. Und action. Wir müssen da rüber. Oh, wow, wow, wow. Yeah. Regeln noch nicht weiter. Da hinten kommen sie. Da hinten ist auch Gunnar. Na. Oh, schön, wie die hier alle ausgebremst werden. Hinter uns. Und wo kam das gerade eben? Das wirkte so. Oh, das macht sich eigentlich ganz gut mit dem Geschütz. Da hinten, da dreht sich noch was. Kann man das da schießen? Weiß ich nicht. Kommt doch, ihr Ratten. Ich hab davon noch eine ganze Menge. Oh, das kann ja gar nicht das Geschütz. Das kann ja überhaupt nicht das Geschütz. Aber ich hab den Dominator. Hey, wo bist du? Freund Nase. Yeah, it's it. Da kommen die Kleinen jetzt. Oh, fahrrad, wie geil. Aber sie ist langsam. Sie ist sehr langsam. Echt überlangsam. Aber fett, ey. Bist ein Gegner, ne? Ja, ich glaube schon. Darum schießt er auf uns. Au, 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 au. Riegel. Ähm. Honigschokolade. Hab ich gesehen letztens erst. In einem Bioladen. Na. Ula. Durchladen. Hier ist wieder ein ganzes Magazin. Kein einzelnes Nachladen. Und hier bloß nicht so weit rein. In die Jingles. In die Zone. Jawohl. Komm noch ein. Komm noch ein. Schande. Ist abgeprallt. Riegel. Sofort. Nuss Mugatsch. Es kommen immer mehr, ne? Noch 44 Sekunden. Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir müssen... Wir müssen sie umrunden. Ist das der Halt? Ist das Brocken? So schön. Immer ins Auge. Wir müssen ins Auge schießen. Und von da... Oh, wow, wow. Ne ganze Armee. Ne ganze Armada. Wir müssen weg hier. Verflucht noch mal. Aua, aua. Spritze. Und zack. Ruff da. So gut. Aber es kommen immer mehr. Von überall. Aber ist irgendwie auch cool. Aua, das war mein Bein. Noch zwei Spritzen. Muss man im Auge behalten. Und da kommen welche. Oh, das ist ein Halt. Das ist ein Halt. Riegel. MS wäre wieder da. Immer raus damit. Schön in Sicherheit damit. Dann ziehen wir weiter. Weiter, weiter, weiter. Ula! Sauber. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Verflucht. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Kommt er? Ja, kommt er. Kommt er? Wenn er da ist, sage ich Entschuldigung. Das passiert, das passiert. Wo ist er rausgekommen? Ist er da? Es tut mir leid. Doppelt und dreifach. Doppelt hält besser. Es hat noch keine Markierung da. Der Führer ist vielleicht überfordert. Der Team-Leader, Entschuldigung. Alte Angewohnheit. Gibt es die Rückendeckung? Oder sind wir da schon drinnen? Ich mach's, stopp. Ist okay. Uber-Credits. Wir brauchen welche. Da kommt bald neues Warp. Und ich hab' nicht mal die, die ich schon habe, zu Ende gespielt. Deswegen, ich muss viel mehr. Viel mehr. Viel mehr. Ich muss auch viel mehr aufnehmen. Zack, zack. Immer rauf da. Raus, raus aus dem Schutzfeld. Hier schön Marzipan. Und Karamell. Ich hab' da noch, ne? Ja, ohne Ende. Der ganze Rucksack ist voll mit Kohlenhydraten. Verflucht noch ein paar Jahre. Da kommt der nächste Hulk. Geht das vielleicht besser aus der Ego? Hm, bestimmt. Aber ich mag's doch nicht so richtig. Alles cool. Alles cool. Da kommen sie. Warte mal, stopp. Wir nehmen sie ein bisschen in die Zange. Aber ich hab' auch nur ne Bombe. Schick' einen Adler rein. Au, au, au. Du bist gar nicht, du bist gar nicht von uns. Du bist, ich dachte, es wär' ein Kollege. Ich dachte, es wär' ein Kollege. Okay, da ist jetzt ne Bombe. Kommen wir dann auch hin. Muss auch ein Spieler da sein. Ich, ich sollte mich dem Team wieder anschließen. Das ist viel Kuddelmodel, aber ich find's auch ziemlich geil gerade. Unter anderem wegen der Dominator. Und der ganzen Schokolade. Schokolade. Oh, 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 die kenn' ich noch nicht. Die kenn' ich noch nicht. Wie gut, wie gut. Die kenn' ich noch nicht. Hilfe, die sollen richtig lästig sein. Das sind die. Richtig, genau. Das sind die. Na, 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 na. Nicht so rumwackeln. Nicht so rumwackeln. Haben die Schutzschild? Was war denn da los? Mega. Die kenn' ich noch nicht. Das sind die Lufteinheiten der Roboter. Wo ist, wo ist Keule gestorben? Wird das angezeigt auf der Karte zufällig? Oh, und jetzt ist ja auch noch... Oh, ein Sturm. Ein Meteoritenschauer. Ich werde hier nicht mehr... Dieses Spiel... Dieses Spiel ist so gut. Er ist einfach so gut. Und zeigt einfach auch mal wieder, dass Service-Games funktionieren können. Sie funktionieren. Es funktioniert halt oft nur nicht, weil das Spiel schlecht ist, warum der Service dann gelistet wird. Aber hier funktioniert einfach alles. Ich bin wirklich gerne bereit, dafür Kohle auszugeben, um mir die neuen Warborns zu holen. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz selten der Fall bei mir. Hinter uns. Ne? Hast du auch gesehen. Dreh-Mine. Aua. Aua. Riegel. Mh, lecker. Stracciatella. Wobei, gibt's das überhaupt als Tafel? Als Riegel? Meins ich nicht. EMS sofort. Immer wieder EMS. Hinter die Mauer. Mhm. Kann man das zerstören? Ist schon tot. Okay. Jetzt lauf ich blau hinterher. Ich bin auch völlig überfordert, aber ich bin ja auch Kadett. Das erwartet man von mir, ne? Ich bin einfach nur ein Kadett. Hier, wir brauchen da bestimmt Moni und so. Da müssen wir hin. Riegel noch nicht. Dominator ist voll. Full of life. Adler ist auch wieder am Start. Was für eine Frechheit. Oh, da kommt wer. Da kommt wer, kommt wer, kommt wer? Ja. Block. Oh, oh, oh. Da geht doch. Saftig. Hat ein bisschen länger gedauert. Eine Runde. Oh, oh, oh. Wer ist denn da? Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Ja, hau ruhig. Ha, 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 wie gut. Es wäre gestorben hier. Ich habe den Überblick verloren. Ja, da ist wer gestorben. Nein, 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 nein. So nicht. Teule. Vergiss es. Riegel. Aber nur einen. Dann ist es ein Fünf-Schuss pro Riegel. Fünfmal. Fünfmal leckere Vollmilch. Pro gelben Riegel. Aber ich bin voll, ne? Ja, ich bin voll. Ich schließe mich dem Team an. Komme, komme. Bin doch schon da. Was ist das hier? Ständig sehe ich hier neue Gebäude und so. Oh, 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 oh. Minen. Ja. Sehr gut, Leo. Konzentration. Irgendwo da vorne muss ich hin. Ich schließe mich dem Kampf an. Das war nicht rot, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir können da nichts weiter zerstören. Hier, Gunnar. Gunnar TM. Braucht unsere Hilfe. Da drüben, er ist der Anführer. Wir nehmen seine Gegner in die Zange. Von hier oder von hier. 42 Sekunden. Sehen nichts. Bam. Echt geil. So, ist wahrscheinlich alles tot da drüben, ne? Ja, Gunnar leistet gute Arbeit. Es ist ja auch der Original-Gunnar. Okay. Schiffe. Mhm. Was? Die bitte? Das sind ganz viele, ne? Landungsschiffe. Südlich. Ja bitte, Luftunterschiffe. Da ist keiner, ne? Nein, da ist keiner. Aber sie kommen bestimmt in diese Richtung. Wie geil der Schatten einfach mal von dem, von dem Transportflugzeug gerade eben über uns hinweggezogen ist. Ich dachte schon irgendwie, es wäre ein Factory Strider. Der AT, AT Walker. Pluck. Weg mit ihm. Geh hier rein. Absolute Konzentration. Fadenkreis nach oben. Pluck. In den Rücken geballert. Du Ratte, du. Ist hier eine Höllenbombe? Möglich? Nein. Aber einer ist tot. Ich weiß nicht, wo ich hinwerfen soll. Ich hab nicht aufgepasst. Gunnar! Pass auf, Gunnar! Zack. Noch wer? Mhm. Wir haben noch genug Munition. Da ist einer von uns. Sehr schön. Aha. Und hier dürfen wir also nach Hause. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind erst fertig, wenn Gunnar das sagt. Da kommen sie. Mhm. Weg nehmen sie in die Zange. Wir schießen auch Gunnar. Ich lege mich hier ganz kurz hin. Oh, die werden ja alle hier mit Leidenschaft gezogen, wenn ich's treffe. Das sind Explosionen, ne? Ja, so funktioniert das, Leo, mit den Explosionen. Mhm. Weiter, weiter. Okay. Und Dominator, Scharfschützen, Schuss. Zack. Weg gesammelt. Weiter, weiter. Und hier EMS setzen. Sofort. Damit wir unsere Ruhe haben. Aber es muss safe platziert werden. Wobei, Entschuldigung, Entschuldigung. Wird es dann schlimmer? Wenn man das aktiviert, aber wir müssen das aktivieren. Rüber da nicht, dass irgendwer hier mein Geschütz wegballert. Nein. Oh, warte. Oh, warte. Da steht schon einer. Ha, ha. Wir haben um Hilfe gerufen, ne? Kann das sein? Ich kann doch meine Schulter wechseln. Ja, das ist natürlich super wegen dem Rucksack jetzt. Und wo? Au, au, au. So schön, Riegel. Doch nicht. So, und danke, kommt das Teil. Bombe. Bombe. Schicker ein Adler rein. Ja. Machen wir. Wir gucken auch zu. Wie ist Wumst, Mann. Zack. Jawohl, ja? Den ganzen Batzen. Oh. Okay. Mhm. Now, we have a problem. Ein übles Problem. Da ist leer, ne? Ja, ich muss trotzdem ganz kurz ein Stückchen weiter rücken. Ah! Ich wusste es. Oh Gott, Hilfe! Spritze. Na, na, na. Spritze, sie kommen. Aber, ich glaube, Gunnar hat das schon geregelt, ne? Mhm. Komm noch näher. Vorsichtig. Zack. 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 So ist gut. Excellent. Riegel Power. Sofort. Mandeln. Ich wiederhole. Mandeln. Nein. So ist gut. So ist gut. Ja. Gunnar. Warte mal, da kommt ein Halt. Riegel Pakete. Mhm. Hat er mich geortet? Kann das sein? Vergiss es. Geht doch. Exzellente Arbeit. Riegel. Mhm. Joghurette. Paket gefunden. Was leicht ist. Wir müssen jetzt agil werden. Zack. Und Dominator Futter. Plock. Ula. Oh oh. Devastator. Jede Menge. Hm. Keine Deckung. Ungünstig. Wie schön wir einfach mal mit der Tarnrüstung hier im Hintergrund bleiben können und die schön aus Korn leben können. Also man darf es natürlich nicht übertreiben. Weckung. Irgendwas mit dem Bug hat er gesagt. Aber nicht, dass der Hoster jetzt, der Hose, das Spiel verlässt. Das wäre echt uncool. Wir sind voll. Nice. Vorsichtig, vorsichtig. Hey. Du Flummi, du. Also wirklich. Ich sehe nichts. Devastator. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Da ist noch einer. Hat er uns auf der Agenda? Magazin leer. Perfektes Timing zum Durchladen. Ja, mach beide, ne? Na ja, also lange dauert das jetzt auch nicht, ne? Ich meine, was wir damit anrichten können. So. Und jetzt Gunnar unterstützen. Und durchladen. Noch ein Devastator. Der jetzt den Rückweg schwer machen würde. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Pat. Kommt nie wieder vor. Mhm. Zack. Eisschokolade mit Minze. Oh, oh, oh. Wenn sie alle abgesetzt sind, ja. Dann habe ich was Schönes für euch. Nein, nein, bleib da. Bleib da, bleib da. Hier drüben. Einmal umdrehen. Umdrehen. Schande. Hier habe ich alles andere als erwischt. Aber ich kriege ja gleich noch eine Bombe. Die kommen, ne? Die kommen. Und diesmal hat er gesessen, der Schuss. Ist er pät? Noch nicht. Hinlegen, hinlegen. Spritze. Spritze hinlegen. Spritze. Jetzt wird's haarweg. Eglich. Gona. Oh, warte. Oh, warte. Paket gefunden. Devil's Tater. Übel. Üble Geschichte. Keiner mag ihn. Wir hassen ihn alle. Er ist geblockt vom Stein. Guter Stein. Halte durch, Stein. Oh, habt ihr das gesehen? Guck ich das noch völlig random. Bin ich gerade in die Hocke gegangen. Und dann so war's. Naja, wir wollten halt ein bisschen rumballern hier hinten. Aber das Team ist da vorne. Und Pat ist nicht da. Warte mal kurz. Ich wollte Pat wieder. Pat war da drüben, glaube ich, als er gestorben war. Hm, hm. Verstärkung wurde losgeschickt. Zack. So, da ist doch bestimmt irgendwo dein Grab. Ja, irgendwo ist der da. Musst du gucken. Gucke. Du findest das schon. Und jetzt rüber zu Gona. Nachdem ich nachgeladen habe. Hab was gefunden. Ich? Hab was gefunden? Nein. No way. Kommst du? Kommt da. Wir könnten ihm ja natürlich auch eine automatische Kanone. Könnte man machen, ne? Kommt da. Naja, er bleibt da hinten vielleicht erstmal. Na los. Die absolute Konfrontation. Oh oh. Da kommt wer. Da kommt wer. Aber wer genau? Ist das Hulks? Nein. Es sind keine Hulks. Weg mit dir. Du übles Getier. Zack. Na. So ist gut. So ist gut. Drauf halten. Schande. Schande. Au, au, au. Spritze. Granate. Ja. Na, na. Zack. Direkt gegen sie. Oder kommt Devastator. Devastator gegen Schraudflinte. Dominator. Oh mein Gott, ja. Selbst gegen die. Selbst gegen die haben wir ganz gute Karten. Randa, randa, randa. Und dann EMS. Ist da genau die Lücke. Ach, geht nicht. Ungünstig. Vielleicht ein bisschen weiter vorne. Hier. Oh oh. Okay, geht ja nicht. Stimmt. Da war ja was. Hm. Ach, das sehen wir oben links, ne. Wann wir wieder könnten. Okay, ist zu weit weg. Ist einfach viel zu weit weg. Wir gehen rein. Und ich hab... Oh nein. Ich hab keine Muni mehr. Für die automatische Kanone. Ist ja ungünstig. Hm. Wo können wir die denn jetzt bitte herzaubern? Schande. Oh, Backe. Oh, Backe. Infiltrationsmodus. Nein, nein. Nicht so. Okay. Das ist eine ganz außergewöhnliche Rüstung. Da drinnen vielleicht. Ich hab noch null Granaten. Ach, die sind da ganz hinten. Muss ich kurz vorbeiflitzen. Das geht nicht anders. Muni, muni, mun, mun. Ja, das wär jetzt schon super. Hätte ich das Ding zerfetzen gekonnt. Hm. Doof. Aber wir haben ja generell nur noch elf Minuten. Na, ab wann geht's wieder los? Ab wann können wir hier wieder... ...Dingens anfordern? Eine gute und berechtigte Frage. Oh nein. Der hat... ...falsche Waffe. Etwas angefordert. Was uncool ist von ihm. Da liegt jetzt nicht zufällig ein bisschen Muni. Ganz schnell. Landungsschiffe. Ja, aber... Oh, 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 oh Gott, nein. Sehr dumm. Ich musste was tun. Oh, die haben uns... Oh, 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 oh. Oh Gott, nein. Aber ich kann sofort eine neue automatische Kanone bestellen. Na, 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 na. Na, 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 na. Spritze, letzte Spritze. Und um die Ecke hier. Okay, alles cool. Nein. Weg. Oh, oh. Da kommen sie ja. Und ich kann immer noch keine Airstrikes anfordern. Ulla. Weg mit dir. Schande ab. Ich glaube, ich bin so halbwegs untergetaucht. Unsere Kollegen haben jetzt das Feuer auf sich gezogen. Jetzt nicht nachladen. Wir müssen Muni sparen. Okay, die haben uns noch auf dem Radar. Ein bisschen Stealthen hier. Schön ruhig, schön ruhig. Die vergessen, dass wir da sind. Okay. Haben wir. Keine Muni. Was soll der das? Hier muss doch irgendwo Muni rumliegen. Die sind da drin. Da müssen wir jetzt auch rein. Oh, oh, oh. Wir können Kram. Das ist das, Muni. Vergessen wir das mit dem Kram. Hey, Gunnar. Alles klar. Nein, nein. Alles cool. Drüben ein bisschen aufgeräumt. Na los. Haben wir keine Riegel? Doch, wir haben jetzt ein paar Riegel. Mach schön voll. Da war bestimmt noch mehr Muni. Das überlebe ich doch nicht. Wenn die jetzt hier langgelaufen kommen. Hä? Doch da, ja. Schnell, schnell. Block, 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 block. So ist gut. Exzellente Arbeit. Und nun wieder zu Gunnar. Auch wenn man wahrscheinlich höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Nicht. Nicht hinterherkommen. Wegen der mittleren Rüstung. Nein, da. Na. Oh, 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 oh. Ach ja, genau. Gute Idee. Mach das. Zack, zack. Renne, 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 renne. Oh Gott, nein. Aber es war klar. Ich hatte keine Spritzen mehr. Das wäre jetzt die ideale Situation gewesen, um... ...um sich schöne Spritzen in den Hals zu drücken. Hat er jetzt die Höllenbombe aktiviert? Nicht heute! Ja, ein paar Leben sparen. Ich weiß. Aber im Prinzip sind wir ja fertig, ne? Ja, wir sind fertig. Wir müssen... Also wir müssen ja nicht abgeholt werden. Das ist ja okay. Hauptsache, wir kriegen die Medaillen. Komm gleich, ne? Ich gehe auf den Berghof. Zack, direkt hinlegen. Orientieren. Hinlegen, hinlegen. Hinlegen. Da drüben sind sie. Mein Kram. Ganz weit weg, aber das ist nicht so schlimm. Erst mal ein bisschen verteidigen. Ach, die wollen auch nach Hause. Oh, 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 oh. Warte mal, wir können... Ja, ja, genau dahin. Das ist gut. Oh, musst du jetzt runterrollen. Du auch, ne? Oh, come on, das geht nicht, ne? Ja, genau. Fall einfach runter, komplett. Warum nicht? Zack. Hier. Hier drüben. Der Penela, ihr. So. Da wollen wir nochmal gucken, ob wir uns aus dieser Lage hier noch rauskämpfen können. Dann haben wir es sehen. Zack. 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 Kommt von da wer? Also, das Geschütz ist zumindest geschützt. Okay, ich muss hier durch. Nein, nicht Gunnar. Aber ich bin nicht nah genug dran. Der... Ah! Ah! Uff, Lommi, du. Keine Spritzen mehr. Ich bin mal so frei. Spreng. Spreng da durch. Durch das Vier-Dimensions-Feld. Ach, wir sind auch gerade hier. Das ist ja schön. EMS läuft noch. Das ist ja klasse. Mit bestem Empfang. Aber wenig Panzer gerade hier. Wer kommt da? Alles. Auf einmal. Na. Block. Achso. Wir haben die Dominator. Sehr schön. Hallo, hallo, hallo. Ähm. Keine Riegel mehr. Ungünstig. Färf. Spritze. Springe. Da kommt gleich die Flammenwurge. Oh, oh, danke schön. Schön weggehauen. Aber auch, ich muss da hinter diese Kante. Hinter diese Kante da. Oh, packe, Mann. Spritze. Spritze. Und nachladen. Riegel für Riegel. Wurden ganz schön festgesetzt. Ja, ist eine üble Geschichte. So ist gut. Eins. Ah, top. Sahne. Wir kämpfen uns den Weg wieder frei. Oh, 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 oh. Wir schießen uns nach Valhalla. Oh, come on. Come on. Die ist alle Stein da. Also Schulterwechsel ist so eine Geschichte. Durchladen. Ist er noch hier? Nein, niemand ist hier. Ich sitze ein bisschen fest. Aber es ist nicht so schlimm. Hallo. Spritze. Letzte Spritze. Dass ich hier schön absprinten kann. Oh, nein. Hügel für Hügel. Ist durchgeladen hier. Oh, Schande. So, halt gar. Wir holen ihn wieder, wenn wir angekommen sind. Das gibt ja keine extra Medaillen, oder? Wenn man nach Hause kommt, das gibt nur extra Tickets. Anforderungstickets. Hier wären auch eine geile Bombe. Aber offensichtlich sind wir unerkannt hierher gekommen. Nice, nice, nice. Team ist wieder zu dritt. Das ist Spritzen. Na. Kriegen wir die auch noch? Nicht so viel Rennen. Die sehen das. Proben mitnehmen. Oh, nein. Schon wieder. Ey. Sag mal. Jetzt übertreib mal nicht. Wir müssen hier noch komplett durch. Das ist noch eine, ne? Da ist irgendwas. Schande, Mann. Aber die kamen jetzt nicht wegen mir, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Block. Block. Oh. Nein, nein. Wir müssen rennen. Aber das ist doch Glücksspiel, oder? Du kannst es doch gar nicht ahnen, wo die hier einschlagen. Vielleicht musst du einfach einen Schlag, also einen Treffer einkalkulieren. Das ist vielleicht das Ding. Ach so. Ach so. Ach so. Ich erkenne es. Ich habe es erkannt. Ah, die kündigen sich an. Wie schön. Ist aber auch eine coole Geschichte. Na, schub ich vor mich jetzt schon drauf. Da vorne. I'm on my way. Drei Minuten. Ich mache auch gleich hier EMS dann starten. Klar, ne? Soll ich das noch mitnehmen, oder ist das schon offen? Hallo. Na? Übercredits. Habt ihr gesehen? Oh, sie kommen. Spritzen sind voll. Da ist der Nachschub. Wie weit ist das noch? Ich kriege auch schon langsam Seitenstiche. Und Bauchschmerzen von der ganzen Schokolade. Hm. Nee? Huge. Okay. Dein Stückchen ist noch. Ich bin schon rot, ne? Kannst du noch spritzen? Hm, hm. Dann kurz joggen. Was ist das? Ist das nicht sogar... Also, die Fabrik oder der Uplink von den Flugrobotern? Ich habe dieses Gebäude noch nie gesehen. Sieht so cool aus. Direkt wie aus dem Spiel Rage. Oh, wacke mal. Wir müssen das halten. Warte mal. Und wir müssen irgendwo... hier ganz kurz unsere stealthige Natur ausnutzen. Und effektiv ein MS-Mörser platzieren. So, so, so. Und da sind wir auch schon. Freund Nase. Na? Da wollen wir hier mal mitmachen. Adler ist mit einer Bombe ausgestattet. Ab da. Ist der down? Ja, schön gemacht. Da kommen die anderen. Wer ist gut platziert. Wenn wir Glück haben, hält der durch. Bis das Taxi da ist. Pelikan 1. Oh, da kommen sie. Den möchte ich jetzt schießen. Der gehört mir. Zack. Da hinten kommen noch mehr. Soll ich mal markieren? Okay, hier kommt ein Sprinter. Nein, nein, der will zum Mörser. Der will zum... Oh, er hat eine Granate auf den Mörser geworfen. Was war ein Flummi, ey? Ist der Mörser noch am Schlaf? Niemals, ne? Niemals. Warte, warte. Hol ich mir, hol ich mir. Der ist Täter. Und hier, Commander. Ritsch, Ratsch. Ähm, oh. Einen habe ich. Oh. Dominator. Hat gereicht. Spritze. Riegel. Nuss Nougat. Hauptsache, es geht schnell. Könnte auch eine Handvoll Schogetten sein. Aber nicht gegen Schogetten. Ich kann nichts mehr anfordern. Ist durch. Was ist durch? Pelikan. Pel... Oh Gott, warte. Was ist denn hier los? Hahahaha. Ich hoffe, die anderen kommen ein Schiff. Ich hoffe es. Es war uns eine Ehre und eine Freude obendrein. Nice, nice, nice. Ja, da muss man natürlich auch gleich noch wissen am besten, wo da ein Pelikan landet und wie rum. Der Zerstörer hat den Orbit verlassen. War schön. War wirklich schön. Für die Demokratie. Natürlich hat Gunnar hier die meisten Eliminierungen. Nicht umsonst heißt er Gunnar. Juti. Oh. Persönlicher Befehl ebenfalls abgeschlossen. Werde ich rausgekickt? Oder will er gleich weitermachen? Gunnar. Wie sieht's aus, Mann? Für... Warte, hier. Ich kann... Ich kann das auch. Ich drücke auch. Ach so, das kann man auch duplizieren. Großartig. Wollen wir... Wollen wir weitermachen? Warte mal, ich gucke mal, ob ich zufällig eventuell hier was freischalten kann. Hier ist ja nichts dazugekommen, oder? M-m. Das sind ja diese geilen Geheim-Updates von... Von Helldivers 2. Das ist so großartig. Man wird richtig überrascht. So. Das nehme ich. Und danach Verbo-Lenkung. Oh. Jetzt sind wir rausgekickt vor Ort, glaube ich. Oder der Host. Der Host hat vielleicht das Spiel verlassen. Ist gut möglich. Aber hier, also nach so einer Aktion, landen wir offensichtlich immer noch bei den Kryozellen dahinter. Also da hinten. Normalerweise, wenn ich das Spiel starte, lande ich irgendwo oben auf so einer Bühne. Oder laufe ich einmal lang und dann... Naja. Aber jetzt... Jetzt sind wir drinnen. Gut. Okay. Wir brauchen eine neue Mission. Aber wir wollten ja was freischalten. Richtig. Mit Marken. Ach ja, stimmt. Dieses Elektrogewehr. Das soll sich auch ganz gut machen. Gegen die Roboter. Machen wir, ne? Na klar. Die Schmorer. Pluck. Und jetzt haben wir noch 25 Marken. Sparen wir auf irgendwas? Oder wollen wir einfach... Unsere Marken rausschmeißen? Wo wären denn noch Waffen? Waffen? Am allerliebsten nehme ich Waffen mit. Hier wären wir dann durch. Da war die Dominator dabei. Das war... Der erste Premium Warbond. Aber hier. Hier sind doch bestimmt noch Waffen. Aber hier müssen wir erstmal 33... So ausgeben. Ordnungsstörung. Was? Was bringt das? Verlängert die Zeit zwischen Konfrontationen mit Gegnern. Oh. Da könnte man so richtig Stealthy spielen, wa? Das ist natürlich fett. Absolut. Und hier noch... Background, bitte. Ja, die Waffen sind schon sehr wichtig. Aber am Ende des Tages möchte ich alles freigeschaltet haben. Arc 12 Blitzer. Oh, warte. Das ist ja eine Laserpistole. Oh. Automatisch. Warte mal. Feuer, Limmel, Rückstoß. Wo ist die Feuergeschwindigkeit? Feuerrate. Steht nicht da. Achso, da kommt auch bald eine Granatpistole. Mit dem nächsten. Premium Warbond. Den ich mir sowas von hole. Überstore. Gibt es irgendwas? Unfaires. Was wir uns dazu kaufen sollten? 400. Aber warum denn? Bietet eine höhere Panzer... Panzerungswertung. 200 Panzerungswert. Aber 404 Euro? Naja, gut. Da habe ich schon mehr an anderen Spielen ausgegeben. Hm. Aber sieht schon fett aus. Wie stark ist denn unsere dickste Rüstung? Panzerung. Äh, unten. 105. Ah. Ah. Daher weht also der Wind. Aber ich kann mir nicht alles holen. Aber ich habe so Bock. Und ich kenne das gar nicht von mir. Ich bin sonst so ein Sparfuchs-Ingame. Ich denke mir so, naja, das musstet ihr nicht holen. Muss man sich meistens auch nicht. Aber hier habe ich das Extreme verlangen. Und ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Ich habe da Endorphine. Flugbasis sabotieren. Ist schon voll. Tut mir leid. Der ist aber auch hell, der Planet. Mhm. Na, vielleicht mal eine komplette Operation starten. Und dann einfach mitschwimmen. Wohin ein das Team bringt. Ich meine, da würden wir auf Nummer sicher gehen. Dass wir die komplette Operation als Medaillen ausbezahlt bekommen. Aber wir tragen auch so ein bisschen die Verantwortung. Aber wir können ja mal losgehen, ne? Ja. Ja. Wir wollen anfangen mit was Schnellem. Roboter, Streitkräfte ausschalten. In 15 Minuten. Wird eine derzeit aktive Operation aufgegeben? Ich hatte noch eine Operation am Laufen. Wie bitte? Das ist mir völlig neu. So, ich kann mich ja noch schnell umziehen. Bevor hier irgendwer dazukommt. So, wir wollten eine fette Rüstung ausprobieren. Na, Exploschutz. Schon wichtig, ne? Na, dann eine weiße aber. Und dann einen weißen Helm. Ne, hier den. Den habe ich mir sogar mal gekauft gehabt. Ebenfalls für Uber-Credits. Aber er sieht schon cool aus, ne? Der Umhang. Aber er soll verflucht sein, sollte er. Habe ich gehört. Man wird abgeschossen von Mitspielern. Aber, ich weiß nicht. Naja, komm. Einmal gegen den Strom. Und dann gucken wir mal. Mhm. Das ist ein echt nicer Umhang. Werden wir sehen. Werden wir alles sehen. Aber alleine gehe ich nicht rein. Ich gehe hier nur in die Kapsel. Und warte, dass doch irgendwer dazukommt. Ich starte hier am Ende des Tages. Das Match. Was wollen wir denn mitnehmen? Also, das ist eine kurze Mission. Das ist eine kurze Mission. Also, brauchen wir Dinge, die in einem kurzen Zeitraum effektiv sind. Wie zum Beispiel, naja, die Adlerbombe ist schon sehr effektiv. Aber manchmal auch so ein bisschen kompliziert einzusetzen. Hier lohnt sich wahrscheinlich das Anti-Materie-Rifle nicht. Deswegen nehme ich wieder die Autokanone mit. EMS-Werfer. Und immer noch nur drei. Na gut. Okay. Wir warten aber noch, ne? Ortungsstörung. Naja, nicht hier. Das mache ich, wenn wir wieder auf einer großen Karte sind. Und dann... Und dann spiele ich wieder mit der Infiltrationsklamotte. Ich wünschte, ich hätte davon ne fette. Okay, da kommt der letzte Mitspieler. Na gut. Dann sehen wir uns unten. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020